Quizfrage, was hat deine Drohne mit deiner Digitalkamera und eventuell deinem Tablet gemeinsam? Hm? Speicherkarten, eventuell eine SD- oder eine Micro-SD-Karte. Und was haben diese Dinger oft gemeinsam? Sie fliegen einfach weg oder sind einfach weg. Super ärgerlich, das wäre praktischer, wenn es eine Sortier- oder Aufbewahrungsbox gibt. Gibt es nämlich diesen praktischen Griff von PGY-Tech. Der liegt ganz gut in der Hand, ist gummiert, ist durch dieses Gummi hier oben Spritzwasser geschützt und du hast die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4 SD-Karten und 1, 2, 3, 4 Micro-SD-Karten da reinzutun und auch noch zwei SIM-Karten neben diesem lustigen Pin. Der ist übrigens dabei. Und wenn das Ding nicht schon cool genug wäre, ist hier noch ein integrierter USB-C 3.1 Laser drin. Das heißt, du kannst hier hingehen, nimmst zum Beispiel von deiner Drohne die Speicherkarte raus, kannst die Speicherkarte in den vorgesehenen Aufnahmeschlitz stecken, das Lämpchen geht an und über Dateien kannst du darauf jetzt zugreifen. USB-Speicher, dann ist das hier tatsächlich das von mir aufgenommene Video. Kannst du sagen, kopieren, kopierst das, verschiebst das, bearbeitest das, wie auch immer du mit dem Prozedere arbeiten möchtest und je nachdem, was du für eine Geschwindigkeit hier verbaut hast, ist das auch rasend schnell. Das sind jetzt 370 MB. Ich finde, das ist gar nicht so langsam, aber viel wichtiger als die Geschwindigkeit bist du. Denn wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Ein Abo würde mich riesig freuen. So, zack, Lob, Kritik, Anregungen, wie du siehst. Mit ein bisschen Arbeit ist das Ding schnell drin. Du kannst das auch hier mit so einem Karabiner an irgendwas dranhängen. Finde ich super praktisch. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.